guten morgen freunde guten morgen ihr lieben ich begrüße alle zuschauer willkommen bei spielzeug dreams hier bei uns in dem kleinen spielwaren geschäft gleichzeitig haben wir aber auch angelprodukte wie ihr sehen könnt tiernahrung wie schon genannt spielzeuge und so weiter und so fort und heute möchten wir mal mit heute möchten wir mal über ein thema mit euch sprechen es geht sich um kleintier nahrung es geht sich um kleintier nahrung maus hamster kaninchen meerschweinchen und so weiter und ja es geht sich so um ein thema wo ich auch ein bisschen vorsichtig sein muss weil ganz ganz schnell wird man dann ja angefeindet ganz ganz schnell wird man dann vielleicht im internet angegriffen aber diesem risiko setzen wir uns dann einfach mal aus denn ich finde viel zu wenig leute trauen sich noch ganz klar ihre meinung zu sagen und diese meinung auch kundzutun wir möchten aber dazugehören und wollen euch jetzt mal ganz kurz auf eine ganz kleine reise die uns so die letzten wochen so widerfahren ist möchten wir euch mal mitnehmen und darum erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz wir arbeiten mit dem hersteller banni zusammen banni ist ein futter hersteller für nagetiere vom hamster wie ich schon sagte hier im hamster bereich genauso geht es aber gibt es auch mäusefutter mäusefutter haben wir doch da ist doch das mäusefutter habe ich bekloppt mäusefutter hamster futter meerschweinchen futter und kaninchen und dann gibt es vernünftige gräser auch beziehungsweise heu in verschiedenen sorten ja verschiedene kräutermischungen und so weiter und so fort ja ich hoffe ihr konntet da so ein bisschen was erkennen ich kann da gleich aber auch noch mal noch mal die einzelnen produkte durchgehen aber worum geht es mir eigentlich mir geht es darum dass wir jetzt schon zum zweiten mal eine e mail bekommen haben oder eine nachricht bekommen haben ich glaube über ebay kleinanzeigen war das und einmal per e mail wie könnt ihr denn nur dieses futter verkaufen wie könnt ihr denn nur dieses futter kann bei den tieren zu durchfall führen dieses futter kann eure tiere töten okay naja und dann macht man sich seine gedanken wir haben selber im bekanntenkreis einige leute mit nagetieren wir selber wir selber sind nagetierbesitzer und füttern dieses futter jetzt mittlerweile seit jahren und wir wollen gar nicht sagen das ist das beste futter was es auf dem planeten gibt wollen wir gar nicht sagen so eingebildet wollen wir gar nicht sein es gibt noch 30 50 100 andere marken und jede marke hat ihren vor und nachteile die eine marke hat zu viel zucker drin die andere hat zu viel stärke drin die andere zu wenig und so weiter und wir könnten das thema jetzt jetzt ausschmücken bis da oben ins weltall das bringt nur nichts jede marke hat seine vor und nachteile da muss man sich dann genau mit befassen aber jedes tier hat auch einen anderen bedarf aber ich kann ja nur von unserer erfahrung sprechen und bei uns ist es so dass unsere tiere bis jetzt noch leben und unsere tiere auch keinen durchfall haben und da frage ich mich was soll ich denn jetzt machen soll ich den tieren jetzt extra abführmittel geben damit dann diese nachrichten dann der wahrheit entsprechen weil diese nachrichten sind so lang geschrieben das sind solche texte wie könnt ihr das futter verkaufen davon werden tiere krank also das waren jetzt diese zwei nachrichten und ich kann da nur die hände über den kopf zusammenschlagen kann man nur sagen was sind das für menschen habt ihr keine zeit habt ihr keine hobbys habt also habt ihr zu viel zeit habt ihr keine hobbys das ist bestimmt nicht das beste futter der nation bestimmt wird man hier auch irgendwas finden wo man dann sagt ah das ist für das tier jetzt nicht 100 prozent das geniale aber wir können ja nur von unseren tieren sprechen unsere tiere sind nicht zu dick unsere tiere sind nicht zu dünn und durchfall gibt es da auch nicht und wir füttern es nicht seit einer woche sondern seit monaten oder eher seit jahren und wir kennen auch leute die das seit jahren füttern und den tieren geht es gut was sollen wir denn jetzt tun sollen wir die selber krank machen ich weiß nicht was ihr wollt weil wenn man den leuten dann antwortet kommen dann noch weitere antworten nein sie kennen sich nicht aus das beste für ein kaninchen ist auf der wiese ja ja das beste ist auch für ein goldfisch nicht im teich sondern der gehört in irgendeinen riesen see oder ins meer und das beste ist auch nicht für 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 keine ahnung eine schildkröte in irgendeinem aquarium zu leben sondern das beste wäre wenn die schildkröte im meer lebt und das beste wäre wahrscheinlich auch wenn der hase nicht nur auf einer wiese sondern wenn der irgendwo frei im wald und nicht nur eine kleine wiese hätte sondern die ganze welt für sich hätte wäre auch besser aber wir können doch jetzt nicht ich glaube wir haben in deutschland schon relativ hohe standards und wir können doch jetzt nicht obwohl wir schon mit die höchsten standards denke ich mal haben die es so gibt in der in der tierhaltung unser futter wird nach gewissen normen zusammen gemixt und hergestellt das futter kommt wie gesagt aus deutschland hat also kurze kurze versandwege ist ein deutscher hersteller schafft deutsche arbeitsplätze da schwenke ich mal ganz kurz um genauso wie josera josera im hunde katzenfutter bereich hunde futter katzenfutter bereich ist auch ein deutscher hersteller das fleisch soweit ich weiß kommt alles aus deutschland wie er schafft deutsche arbeitsplätze und die tiere die wir damit füttern sind alle kerngesund wie gesagt jedes futter hat seine vor und nachteile aber ich frage mich was ist jetzt das ziel dieser leute ihr wollt da einen hersteller schlecht machen sagt eine wiese wäre besser ja eine wiese wäre viel viel besser als dieses futter und dieses futter macht krank wir haben aber wie gesagt genug beweise dass das futter nicht unbedingt krank macht unsere tiere sind tier ärztlich untersucht sind kerngesund sind teilweise steinalti tiere die wir im verwandten und bekannten kreis kennen und worden mit diesem futter gefüttert und ich weiß jetzt halt nicht wie ich euch jetzt zufriedenstellen kann wenn ich euch im endeffekt kein recht geben geben will und kann ich kann euch kein recht geben ja ihr schreibt uns als kleines geschäft als kleines unternehmen schreibt ihr uns an wollt uns belehren dass wir da falsches futter verkaufen und dass das ja verantwortungslos wäre dieses futter hier und da vielleicht anzubieten und wenn ich dann gegen fragen stelle dann kommt keine antwort ich habe zum beispiel gegen fragen gestellt wo geht ihr für euch menschen für euch wo geht ihr euer essen kaufen kam keine antwort da habe ich geschrieben ich denke mal dass ihr vielleicht in irgendeinen Discounter geht Aldi Lidl Rewe Penny ich denke nicht dass ihr immer nur zum Bio Bauern geht euer Bio Fleisch holt euer Bio Gemüse holt ich denke dass ihr auch mal im Discounter anhaltet und wenn die Zeit drängt und ihr habt Zeitdruck dann wird vielleicht auch mal die Tiefkühltruhe hinhalten und ihr werdet euch eine Pizza oder Pommes im Backofen machen oder noch schlimmer ihr haltet sogar vielleicht mal bei McDonalds Burger King oder in der nächsten Pizzeria ein da haltet ihr an und holt euch weil ihr unter Zeitdruck seid schnell da etwas zu essen schnell den Burger ne Burger von Meckes schön den Chicken Burger rein man sieht es auch an mir da waren auch einige Burger zu viel und ich muss auch ganz ehrlich sagen das war bestimmt nicht immer der gesundeste Weg war lecker hat Spaß gemacht und war geil war lecker hat Spaß gemacht und war geil dass das bestimmt nicht immer der gesundeste Weg ist bin ich von überzeugt und da glaube ich auch fest dran auf jeden Fall habe ich diesen Leuten diesen zwei Personen die uns da angeschrieben haben gesagt wo geht ihr denn euer Essen einkaufen wenn ihr euch so fanatisch mit dieser Sache hier auseinandersetzt dass ihr sogar euch die Mühe macht uns riesen Texte zu schreiben wie verantwortungslos das wäre und es würde Tiere krank machen achtet ihr denn wenigstens auch auf eure Ernährung so und auf die Ernährung eurer Kinder wie gesagt nur Bio und dann aber auch bitte dann aber auch bitte darauf achten dass da wirklich Bio Fleisch ist nicht dass der Bio Bauer sich seine Bio Tierchen nur liefern lässt die sind gar nicht bei dem aufgewachsen ne so Geschichten kennt man ja auch Bio Bauer zertifizierter Bio Bauer aber in Wirklichkeit sind die Tiere dann doch irgendwo anders hergekommen oder das Gemüse oder das Obst da muss man ein bisschen vorsichtig sein achtet ihr denn da auch so drauf meistens kommt dann da keine Antwort so war es auch in dem Fall es ist keine Antwort gekommen ich warte bis heute auf Antworten und finde es einfach traurig ihr unterstellt uns dass wir schlechtes Futter verkaufen oder dass es Futter wäre was nicht gut für die Tiere geeignet ist weil ihr vielleicht selber mal schlechte Erfahrungen damit gemacht habt weil euer Tier vielleicht darauf reagiert hat oder weil ihr von irgendeinem den Tipp bekommen habt oder ihr seid ja wahrscheinlich nicht alles Futterhersteller oder Wissenschaftler ihr habt einfach zu viel Zeit und keine Hobbys das ist meine Meinung und ich wollte das einfach mal kundtun und möchte diese Leute doch einfach mal darum bitten zu sagen wo euer Essen herkommt wo kauft ihr das wer ihr geht in eine Pizzeria oder wer ihr wart schon mal bei Burger King oder McDonalds weil das ist bestimmt auch nicht immer das gesündeste vom ganzen Planeten ist aber lecker und ist auch manchmal einfach geil aber wie gesagt wenn es nur um die Gesundheit geht dann bitte auch bei uns Menschen anfangen denn dann dürften wir dürften wir dürfte der ein oder andere Einkauf wesentlich schwieriger werden als wir bis jetzt schon ist das wollte ich einfach mal gesagt haben weil ich es halt schade fand ich fand es halt schade dass wir da so ja angefeindet ist jetzt übertrieben aber uns wurde da eine komplette Standpauke gehalten wie wir dieses Futter denn verkaufen könnten so und so die Inhaltsstoffe das passt nicht und hier und da und ich muss ganz ehrlich sagen ich kann es einfach nicht bestätigen testet das Futter selber aus sprecht mit Leuten die dieses Futter benutzen sprecht mit Leuten die dieses Futter ihren Tieren vielleicht schon seit Jahren geben und wie gesagt ich kenne keine richtigen extremen negativen Beispiele ich weiß nicht warum sich manche da so auf sowas eingeschossen haben und so Unternehmen wie uns dann sogar anschreiben quasi kleine Bücher schreiben ich weiß nicht wie so die Menschheit da so belehrend mittlerweile ist und sich nicht jeder so ein bisschen an die eigene Nase packt an die eigene Nase packt und einfach sich um sich kümmert weil wir brauchen nicht gerettet werden ich glaube wir haben so gute hohe Standards ja Kaninchen leben schon nicht mehr bei uns in so einem Käfig mittlerweile kaufen die Leute ja schon so Gehege und Käfige und Draußengehege ich glaube unseren Tieren in Deutschland geht es zum Großteil wirklich gut hier bemühen die Leute sich die Leute geben Heidengeld für ihre Heimtiere aus für Hund, Katze, Maus, Hamster, Meerschweinchen, Aquarium die Leute sind echt bereit für ihr Hobby viel Geld auszugeben und die meisten geben sich echt viel Mühe schwarze Schafe wird es immer irgendwo geben es gibt immer mal irgendwo jemanden der ein Tier leider quält oder zu schlecht hält ich kann nicht für alle sprechen aber für die meisten Heimtierhalter kann ich sprechen und das sind einfach gute Leute die sehr sehr viel von ihrem Geld was sie sich auch zum Teil hart erarbeiten ausgeben für die Tiere und wenn man dann in unsere Nachbarländer oder in andere Länder guckt ich will jetzt gar keine Länder sagen da geht es den Tieren noch wesentlich schlechter da geht es den Tieren noch wesentlich wesentlich schlechter und und von daher finde ich das einfach mittlerweile übertrieben wie krass wir uns hier gegenseitig anfeinden der Futterhersteller und der hält sein Tier in so ein Stückchen zu klein Aquarium und der Käfig ist so ein Stück zu klein ich glaube wir wissen gar nicht was schlechte Tierhaltung ist schlechte Tierhaltung ich glaube da sollte man mal in ein paar andere Länder reisen dann sollte man sich da die Tierhaltung mal angucken dann weiß man dass wir in Deutschland hier unsere Heimtiere einen sehr 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 hohen Stellenwert haben und das ist auch gut so das finde ich auch gut was ich aber nicht gut finde wenn man Leuten dieses Hobby Heimtierhaltung ja am kaputt machen ist ich hatte letztes Mal eine Kundin da vielleicht sieht die Kundin das Video auch einfach nur ein kleines Beispiel die wollte sich irgendwann einen Vogel holen Vogel holen also sie hat keinen Vogel hier oben das war eine ganz nette die möchte sich einen Vogel holen keine Ahnung wie so ein Wellensittich Nymphensittich ist ja egal jetzt kann man darüber denken was man will kann sagen gefällt mir nicht passt mir nicht es gibt hier aber nur mal Leute die auch gerne einen Wellensittich hätten oder Nymphensittich oder sowas dann hat sie direkt die hat dann irgendein Foto gepostet dass das ihr neues Haustier sein könnte hat die irgendein Foto mit einem mit so einem Sittich gepostet und dann kamen direkt Kommentare darunter wie kannst du nur diese Vögel gehören in die Wildnis die Vögel die gehören dahin wo es warm ist und wo die in Schwärmen fliegen können ja ist richtig das ist richtig aber wir haben hier nun mal eine Heimtier Haltung und man kann einen vernünftig großen Käfig besorgen man kann sich erkundigen ob man die Tiere lieber paarweise hält ob man sie in einer kleinen Gruppe von drei oder vier Leuten vier Vögeln hält ob man nur Weibchen zusammentut oder Menschen zusammentut ich glaube da muss man der Person dann nicht so viele negative Kommentare drunter schreiben der Frau ihr Wunsch ist es in Wellensittich oder Nymphensittich oder irgendwas davon zu halten und man macht es ihr direkt kaputt indem man ihr ganz viele negative Kommentare schreibt statt man dann lieber schreibt ja aber achte drauf der Käfig sollte vielleicht so und so groß ungefähr sein erkundige dich vorher oder 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 macht man der Frau bevor die sich überhaupt diesen Wunsch dann irgendwann erfüllen kann oder überhaupt noch will macht man der schon alle Träume kaputt wir haben diese Tiere nun mal hier als Haustiere und einem Wellensittich oder Nymphensittich dem geht es wahrscheinlich in manch großer Foliere hier in Gefangenschaft in manch großer Foliere geht es dem Tier hier zehnmal besser als in der Wildnis in der Wildnis wäre wahrscheinlich schon fünfmal gefressen worden da ist nämlich fressen und gefressen werden ich glaube viele von euch wissen gar nicht wie schlimm die Natur manchmal da draußen ist da ist fressen und gefressen werden das liegt da an der Tagesordnung und deswegen werden auch viele viele der Tiere in Gefangenschaft viel viel älter als wie die draußen in der Wildnis werden viele Tierarten gibt es dadurch dass wir die überhaupt noch in Gefangenschaft halten gibt es die überhaupt noch weil wir da dann für Nachwuchs gesorgt haben weil viele würden in der Wildnis aufgrund von Wandel aufgrund von Ausbreitung der Menschen und so weiter haben die gar keinen Lebensraum mehr aber viele seltene Arten gibt es nur noch weil wir die überhaupt gezüchtet haben in Gefangenschaft darum gibt es die überhaupt noch deswegen das ist ein riesiges Thema man kann verfeindet man kann Feind von Zoo und Heimtier Haltung sein wie man will aber es hat auch seine Vorteile und ich finde jedem seine Meinung aber man muss doch den Leuten nicht das Hobby was die sich angeschafft haben oder das Hobby was die sich anschaffen wollen muss man doch nicht so madig und negativ reden natürlich soll das Tier vernünftig gehalten werden ein vernünftiges Futter ein groß genug großzügig gewählter Käfig oder Freilauf oder Freiflug oder was weiß ich also Foliere oder sowas das soll alles vernünftig gewählt sein aber es ist jetzt nicht so als wenn wir in Deutschland es nötig hätten dass jeder dem anderen erziehen muss und dass jeder dem anderen sagt hör mal was du da machst ist falsch ich denke wir haben gute Standards in Deutschland ich wiederhole das nochmal gute Standards und jedem sollte dieses Hobby zustehen so ein Tier zu halten und auch uns als Geschäft sollte es zustehen ganz normales gutes Futter was von einem deutschen Unternehmen kommt sowohl Jusera jetzt hier im Hunde und Katzen Bereich als wie auch Bunny von der Firma Bunny ja was auch aus Deutschland kommt und was auch hier deutsche Arbeitsplätze schafft was nach einem guten guten sehr sehr guten Standard hergestellt wird auch das muss doch einfach mal akzeptiert werden und dann brauchen wir nicht am laufenden Band Leute die einem zurecht stutzen und einem sagen wollen was man falsch macht und und die verantwortungslos man wäre verantwortungslos ist wenn man im Endeffekt selber Fast Food ist sein Kind mit Fast Food füttert und dann bei den Tieren aber so ein Heckmeck macht das ist verantwortungslos und meistens sind das so Leute tut mir leid dass ich das so sagen muss meistens sind das so Leute beim Tier das Tier muss auf die Weide das geht doch nicht im Käfig aber dann selber beim nächsten Fast Food Handel sich den Cheeseburger reinpfeifen es passt einfach nicht zusammen wie gesagt ich liebe Cheeseburger ich liebe auch Chicken Burger aber einfach mal ein bisschen runterfahren immer an die eigene Nase packen und ich glaube dann wird es uns allen besser gehen jeder hat vor seiner eigenen Türe genug zu kehren auch wir aber wir brauchen halt nicht Leute die nur nach anderen gucken und mit dem Finger auf andere zeigen das würde dann jedem finde ich gut tun so das Video war jetzt schon wieder lang genug ich hoffe der eine oder andere kann das verstehen wenn Kritik kommt dann ist das im Leben so ich will den Händler auch überhaupt gar nicht in den Himmel heben loben wir haben da gute Erfahrungen mit wir können die Ware gut verkaufen wir können die Ware gut beim Händler einkaufen es ist ein familien geführtes Unternehmen sage ich mal es ist ein deutsches Unternehmen da stehen wir halt drauf weil wir einfach Unternehmen in Deutschland unterstützen wollen wir haben da wie gesagt persönlich keine schlechte Erfahrung und wir verbitten uns auch wie gesagt uns zu unterstellen dass wir dann Futter verkaufen was Tiere krank macht oder so ich denke so verallgemeinern darf man es auf gar keinen Fall und wenn es doch so bewiesen ist dann wendet euch an den Hersteller dann könnt ihr mit dem Hersteller mal in den Krieg ziehen sage ich mal in Disput ziehen und dann könnt ihr euch mit dem Hersteller ja mal ausdiskutieren fahrt da mal hin schaut euch an wie das Futter da hergestellt wird und dann könnt ihr mit denen diskutieren aber nicht mit so einem kleinen Handel wie wir es sind so ein kleiner kleiner Handel ein kleines Geschäft was auch auf jeden Euro angewiesen ist dem wollt ihr dann erzählen was wir von schlechtes Futter noch verkaufen tut mir leid da hält sich mein Verständnis absolut in Grenzen ja Freunde teilt das Video schauen wir mal dass das Video sich ein bisschen in der Internetwelt verbreitet teilt das Video las dem Video einen Daumen nach oben da kommt auf Facebook YouTube und Instagram und da würde ich mich freuen wenn das ein bisschen die Runde macht unterstützt Spielzeug Dreams für Mensch und Tier bleibt uns treu aber bleibt vor allen Dingen euch selber treu macht's gut liebe Grüße vom Kai und vom Spielzeug Dreams Team tschüss und ciao Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal